mal gucken was es da oben gibt Hallihallo mein Freund, was ist dir denn passiert? Wo ist er mit Ketchup voll gespritzt oder was? So, das hiemen wir mal auf. Zielmodus schießen. Äh, Nachnamen. Ja, okay, also ganz normal, das ist die Tatou-Belegung. Schlagen, aufstampfen, okay. Gut eh. Kannst du das bei dem auch schon machen? Nein, das will ich jetzt gar nicht ausprobieren. So, dann gehen wir doch mal... Ähm, entschlossen. Okay. Ich wette, dass das jetzt so simpel ist, da muss man einfach nur einmal gegenschießen, oder? Oh, was für eine Herausforderung. Ui. Uff. Zack. Ui, 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 pass mal auf, Kollege. Na, nochmal in den Gassel. Zack. Na gut. Das sehen wir mal auf. Dann geht's weiter. Kannst du denn sehen, auch nur fünf Schuss drinnen. Okay. Gehen wir mal weiter. So. Gehen wir da links oder rechts? Gehen wir mal... Ach, links ist zu. Ja, dann gehen wir halt rechts. Gesundheitsanzeige. Okay. Und die Gesundheitstaste ist cool. Dann drücken wir nochmal Q. Was auch immer die bewirkt. Ähm, wie kann ich denn... Oh, guck mal. Egal. Öffnen wir. Zack. Gut. Was gibt's denn hier? Ja? Isaac. Da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Gut. Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Aussagen zu checken. Buttonkarte, Aufgabe ändern. Äh, äh, äh. Okay, Buttonkarte. Ach, das hatten wir ja schon. Was kann man da oben noch machen? Ja, okay, ganz tolles Ding. Ähm. Was ist das denn hier? Speicherstation, na, dann speichern wir doch mal. Einfach hier gleich auf das erste Feld. Zack. Jetzt müssten wir gespeichert haben, hoffe ich mal. Gut. Ach, sieh an, guck doch mal. Da stehen sie ja, die beiden. Okay, gut. Dann laufen wir mal weiter. Öffne die Tür. Und gehen einfach mal gucken, was uns hier Lustiges erwartet. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter rein. Zack. Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken. Oh mein Gott, Alter. Boah. So gruselig, ey. So gruselig. Zwisch. Zwisch. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Zielen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Okay. Zerstückeln Sie Gliedmaßen. Um Gegner schneller zu töten. Verstückeln. Was? Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Okay. Gut. Dann laufen wir mal weiter. Z-Modul, schießen, C, Stase-Face, E. Okay. Und dann C. Eeeh. Gut. Das hätten wir auch. Gehen wir mal weiter. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Was ist das denn hier? Das Stase-Pack. Das nehmen wir doch auch gleich mal mit. Und hier können wir wieder speichern. Ja, dann speichere ich doch einfach mal wieder. Zack. Und das überschreiben wir doch gleich mal wieder. Äh, ja, will ich überschreiben. Gut. So. Wo müssen wir jetzt lang? Wir gehen einfach mal nach da. Weil die andere verschlossen ist. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Es ist unheimlich cool, dass der Text verschwindet, wenn man gerade den lesen will. Okay. So, Fehlfunktion. Bla, 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 bla. Okay, was müssen wir jetzt machen? Stase-Station. Gut. So. Okay, was ist da? Upsala, wer bist du denn? Zack. Komm schon. So. Nehmen wir das hier mal wieder auf. Und was genau müssen wir jetzt machen? Dann schlagen wir den doch mal weg hier. Okay, zack. Ich denke mal, oder? Ja, doch, ich denke mal schon. So, und das aktivieren wir jetzt. Upsala, wer bist du denn? Hier, friere dich erstmal ein, du Kollege. Zack. Und dann nochmal aufs andere sein. Jetzt haben wir keine Beziehung mehr. Dann schlagen wir den doch mal weg hier. Zack. Zack. Und dann gleich nochmal hier, zack, einfrieren. Flupp. Komm. Und schon. Zack. Dann treten wir nochmal schön rauf. So. Gut. Haben wir das denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt suchen soll. Ähm. Wo konnte ich denn meine Aufgaben nachlesen? Ne, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Das, das, das. Ich drück alle Tasten. Ah, okay. Ähm. Ähm. Joa. Wo war denn hier? Nein, nicht das. Ähm. Wo ist denn hier meine Mission? Das Dinger. Wo war's i Magde und wir gehen, wenn ich mich schon sagen, liebe ich war, denn da. Ja. Wo war denn hier, wo war ja das mal. Und da wo 기억 you war. Wo were denn hier? Bis zum nächsten Mal.